Tja, wir dürfen unseren beschworenen Mitstreitern Namen geben in dem Spiel. Und der Name dieses netten Dings ist Waltheris. Tja, ich würde sagen, das lassen wir auch. Ich finde den gut. Ja, passt so, recht so. Alles hat verändert. Für alle. Für mich. Oh, bahnt sich schon was an? Also, keine Ahnung, wenn er etwas anderes sagt. Komm schon, sagen Sie. Uh, ja, uh, hm, uh. Uh, hi, Leute. Ja. So, was unser Ziel? To do our best! Nein, wir haben ein neues Ziel jetzt. Unser Ziel ist die Victory! Ich versuche auf ihren luteren. Ich hab nur Augen für etwas anderes. Hiii. Ich habe nur Augen für etwas. Hiii. Ich kann dich auf einen Pokalимиauladen. Ich hab nur Augen für etwas anderes. Hiii. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr übrigens googeln, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ihr findet es vielleicht raus. Es gibt in echt zwei verschiedene Augenfarben, das kann passieren. Wenn ein Auge einfach seine Pigmentierung in der Iris nicht entwickelt, das passiert, das gibt's. Ja, ja, fest, hi, hi, da ist sie ja. Du Hügel! Ihr Pen, ihr Wichser! Baby, Yuna, be careful. Aber es war wirklich meine Schuld, zu Beginn mit. Ich bin Yuna. Vielen Dank für deine Hilfe vor kurzem. Huh? Ah, ich bin sorry über das. Was ist das? Was ist das nicht so, dass ich nicht... Ich glaube, ich habe ein bisschen überreaktiert. Oh, nein. Ich war überreaktiert. Um, ich sah das Aeon-Thing. Das ist großartig. Really? Du denkst, ich kann High Summoner werden? Ja, klar. Lady Yuna, komm, play with me some more! Ey, hör auf. Die gehört mir. Hau ab. Geh nach Hause. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Ja? Oh, really? Geil. Sie hat mir einen High-Five abgelehnt. Wie? Woher weiß die das? Oh, ja. Oh, ja. Wie wird nicht passieren? Du bist doch auch ein bisschen... Ihr Penner. Ihr seid ja auch irgendwie ein bisschen böse zu mir überhaupt und so. Sonst nichts los hier. Nur das tolle, tolle, tolle Team. Wow, die Pros. Prost. Ich kann's kaum erwarten. Das stärkste Team. Die Gauers. Die sind aus Luca. Dort, wo das Stadion steht. Hm. Wir sollten heute echt früher ins Bett. Meinst du? Wir fahren morgen alle mit demselben Schiff. Ja, wacker, boy. Zeit, uns das Ohr zu hauen. Ich muss, ähm... Ready for bed? Ich muss in die Koje. Ich hab was vor, ähm... Ja, Yuna und... Wo ist mein Bett? Ich mach bis mir die Hand ab, fällt's mir egal. Schläft der mit nacktem Arsch? Das sah grad so aus. Hm? Warum hab ich immer so seltsame Flashes, wenn ich schlafe? Muss das sein? Hm? Oh, hi, Yuna. Oh, ich träum von Yuna. Wo ist das Boot? Oh, hey, I... Hey, I... Alles geht schief. Ich kann euch doch beide. Was? You with a woman? You can't even catch a ball. Oh, what's the matter? Gonna cry again? Cry, cry. That's the only thing you're good for. I hate you. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. You can do it. Okay. Gesundheit! Oh, Verzeihung. Hm? Wer? Was? 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 He does look a lot like Chapu. I was surprised too. The first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah. Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka. Boah, ist die lecker. Oh, sind die alle so lecker? Pfff... Pfff... My little brother. Chapu. Looked like you. He's dead? Oh. He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. Oh. Oh. I first heard on the day of the tournament. Oh. So that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge then? That was the idea. Huh. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full time. I know what kind of looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really help me out, you know? What I mean is... Thanks, Waka. Stop. You're embarrassing me. Nah, yeah. Immerhin, wir verstehen die Welt etwas besser. Und wir haben wieder eine gute Mütze Schlaf kassiert. Und wir haben einen Speicherpunkt. Hmm, yummy, 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 yummy. Ja, bitte hier überspeichern. War ja auch kaum was her. Nein, 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 nein. Ich sag immer noch, in einem dieser Häuser liegt irgendwo ein Albet-Lexikon rum. War das nicht im Haus von der Bürgerwehr? Doch, ich glaub im Haus der Bürgerwehr liegt es rum. Und dann schauen, ob ich es jetzt mitnehmen kann. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Was? Och, das sieht geil aus. Ui, 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 ui. Hm? Well, he never used it. Und ich weiß, es war nicht so. Aber es wird auch nicht so. Und ich habe mich so. Und wer riskiert. Und ich habe mich, Was ich wirklich so. Und ich habe mich so. Und ich habe... Was.